Zwölfte Bedienungsregel Vergebissan in der Fatwa Sagt der Prophet Man uqtia bi gaydi ilmin kana ithnhu ala man aftar Wer Fatwa gibt oder wer Fatwa bekommen hat ohne Wissen dann ist die Sünde trägt die Sünde derjenige der ihnen die Fatwa gegeben hat Darf nicht einfach ohne Kontrolle und so weiter einfach etwas weitertragen was der gesagt hat was der gesagt hat oder vertrautertragen ohne eine Vergewisserung zu haben und genauso braucht er auch Vergewisserung was er von seinen Lehren und von seinem Schirr lehrt weil viele viele Situationen hat er eine Sache falsch verstanden und gibt er weiter deswegen ist es sehr sehr wichtig bei Sachen die noch nicht sitzen dass man da nicht vorehrlich ist weiterzugeben und einfach so zu betragen oder Sitzung zu machen manche sagen sind noch nicht reif und machen Sitzung und lehren weiter die haben große Verantwortung weil die Reife und das Wissen und das Vergewissern und mit den Büchern umgehen das bekommt man nicht auf die Schnelle da braucht man eine gewisse Zeit und jemand der über dich schaut und sieht wie du bei der Vergewisserung bist und dass man eine bestimmte Reife erreicht dass man weiter gibt aber schnell voreilig nicht das ist eine große Verantwortung wenn man Fettur macht und sozusagen ohne Vergewisserung dann trägt er die Verantwortung für jemand der falsch praktiziert das ist bei einer Person wie ist es wenn jemand jetzt eine Sitzung macht dann sind das viele Personen